Moin Moin zu Faircatch eurer NFL Gameday Show der Wettbasis Halloween Edition. Warum? Weil es ein gruseliges sowie auch einige gruselig gute Matchups gibt in dieser Woche. Heute in der Show zwei Teams im Deutschlandkostüm. Die Verlierer im Cowboys-Kostüm und die Lions im Chucky-Kostüm. Los geht's aber, wie gewohnt, mit der Auswertung meiner Picks für die vergangene Woche. Die Jets haben mich tatsächlich nicht enttäuscht. Auch die Falcons hatte ich auf dem Zettel. Die Ravens siegten mit den getippten Überpunkten. Seahawks und Rams lieferten die erwartete Defense-Schlacht. Nur bei Packers und Lions machte mir das Wetter einen Strich durch die Punkterechnung. Heute aus Halloween-Gründen ohne Buzz-of-the-Week. Dafür aber direkt rein in mein Game of the Week. Panthers gegen Giants. Sonntag, 15.30 Uhr. München, Allianz Arena. NFL-Deutschlandspiel. Spötter würden ja behaupten, das ist das Gruselspiel des Spieltags. Und ehrlich gesagt hat uns die NFL in dieser Saison nicht gerade verwöhnt mit dem Matchup. Aber immerhin kommen die Panthers von einem Erfolgserlebnis. Und so gewann Bryce Young am letzten Spieltag beim 23 zu 22 gegen die Saints sein erstes Spiel in dieser Saison. Heißt das, sie haben jetzt auch gegen die Giants am Sonntag die besseren Karten? Hm. Nein, denn die Giants gefiel mir trotz ihrer Pleite gegen die Commanders am Wochenende deutlich besser. 25 First Downs gelangen ihnen da und lediglich ein blöder Fumble und einige Drops, unter anderem auch von Marley Gnebers, kosteten ihnen da die Partie. Die Statistiken in dieser Partie sprechen ebenfalls für New York, denn da kassieren die Giants im Schnitt 10,2 Punkte weniger als die Panthers. Mit 391,9 Yards pro Partie kassieren die Panthers bislang die meisten Yards aller Teams und das konnten bislang wirklich alle Gegner gegen sie ausnutzen. Selbst die unterlegenen Saints erzielten am Wochenende 427 Yards gegen sie. Und auch Bryce Young traue ich trotz seines ersten Erfolgs noch nicht so richtig über den Weg und so lautet mein erster Tipp. Giants und unter 48,5 Gesamtpunkte zu starken Quoten von 2,05. Buccaneers gegen 49ers und jetzt mal ehrlich, wer von euch hätte gedacht, dass wir bei diesem Duell kein Team mit einem positiven Rekord sehen würden? Denn die Bucs waren stark in die Saison gestartet und bei den 49ers hatten wir doch alle irgendwie das Gefühl, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich die NFC West anführen würden. Ist dieses Duell deshalb eines auf Augenhöhe? Nein, keinesfalls, denn die Leistungskurven führen doch in unterschiedliche Richtungen. So haben die Bucs zuletzt Chris Godwin verloren, Mike Evans und auch noch ihre letzten drei Spiele. Ja und die 49ers konnten sich gegen die Cowboys zuletzt erst wieder richtig Selbstvertrauen holen. Ähnlich wie bei unserem ersten Matchup vorhin macht auch hier wieder die bessere Defense die Musik. Die klar bessere Defense muss ich sagen. Denn die 49ers Defense lässt im Schnitt 72,2 Yards weniger zu pro Partie und 3,8 Punkte. Offensiv haben beide Teams so ihre Stärken. Die 49ers mit deutlich mehr Yards im Schnitt pro Partie, die Bucs immerhin mit mehr Punkten. Allerdings kamen einige davon doch noch von Chris Godwin. Und was mache ich jetzt aus all diesen Informationen als Tipp? Hier kommt er. Sieg 49ers und über 41,5 Gesamtpunkte zu Quoten von 1,95. Commanders gegen Steelers und endlich mal ein richtiges Topspiel. Denn beide Teams führen mehr oder weniger überraschend ihre Divisions an. Und beide haben auch jeweils erst zwei Niederlagen auf dem Konto. Aber irgendwie ist dies auch ein Duell der Gegensätze. Denn die Commanders stellen eine Top 3 Offense, die Steelers eine Top 3 Defense. Die Commanders starten einen Rookie Quarterback, die Steelers einen der Oldies der Liga. Wer gewinnt hier also? Jung und frisch oder alt und erfahren? Das ist schwierig zu sagen, denn beide Teams sind in dieser Saison auch irgendwie unberechenbar. Was hingegen ist berechenbar? Die Statistiken und hier vor allem die der Field Goals. Denn es treffen hier die beiden Teams aufeinander, die in dieser Saison die meisten Field Goals erzielt haben. Hier stehen die Commanders mit Austin Seibert bei 25 Field Goals und die Steelers mit Boswell immerhin bei 24. Das macht im Schnitt übrigens mindestens drei Field Goals pro Partie für jedes Team. Und da haben wir doch schon einen schönen Tipp, ohne uns auf einen Sieger festlegen zu müssen. Mein Tipp? Über 3,5 Field Goals zu Quoten von 1,83. Cowboys gegen Eagles und damit rein in ein heißes NFC East Duell und eine der heißesten Rivalitäten überhaupt. Doch ist es aktuell überhaupt so heiß? Denn die Cowboys, die wirkten zuletzt doch eher wie ein Hühnerhaufen, dem jegliche Ordnung fehlt. Oh my God! Die Eagles hingegen haben sich wieder etwas gefangen nach ihrem durchwachsenen Start und springen inzwischen sogar rückwärts über ihre Gegner. Allerdings sind die Boys doch aktuell für jedes Team ein willkommenes Frühstück. Das habe ich in den letzten Wochen immer gepredigt und damit hatten wir bei den letzten drei Cowboys Spielen auch Tipp-Erfolge. Und wenn wir in dieser Folge schon mal auf dem Defense-Zug unterwegs sind, dann fahren wir doch auch noch eine Partie weiter. Denn auch die Eagles stellen die weitaus bessere Verteidigungsreihe. 8,7 Punkte weniger lässt Philly im Schnitt pro Partie zu und auch bei den Yards sind es immerhin 74,7. Und jetzt fällt bei den Cowboys auch noch Starting Quarterback Dak Prescott aus. Wer soll denn da überhaupt noch Punkte erzielen? Die Cowboys Season ist over und da wird es auch für die Spieler schwierig werden, sich mental auf dem höchsten Level zu halten, trotz des Divisional Games. Daher lautet mein Tipp, Eagles minus 7 zu Quoten von 1,87. Sunday Night Game und da gibt es zum Abschluss meiner Show nochmal etwas Süßes statt Saures. Die Texans empfangen die Lions und damit haben wir wieder zwei Divisionsführende im direkten Duell. Die Texans haben zu Hause auch noch eine lupenreine 4 zu 0 Bilanz. Diese weiße Weste allerdings haben die Lions auch auswirkt. Zudem sind sie aktuell einfach das heißeste Team der NFC mit bereits sechs Siegen in Folge. Der Ausfall von Aidan Hutchinson scheint ihnen weniger auszumachen als gedacht. Auf der Gegenseite, da scheinen die Ausfälle von Stephon Diggs und Nico Collins den Texans doch einiges auszumachen. Trotz einer starken Partie zuletzt von Tank Dell mit 126 Yards. Die gute Nachricht für Houston. Nico Collins könnte am Sonntag nach seiner Verletzung wieder aufs Spielfeld zurückkehren. Doch reicht das wirklich, um mit diesen starken Lions mitzuhalten? Ich würde aktuell einen Teufel tun, um gegen diese Detroit Lions zu tippen. Die Lions sind aktuell einfach das Team, dem ich sowohl offensiv als auch defensiv am meisten vertraue. Und deshalb nehme ich sie natürlich auch als meinen Pick of the Week. Mein Pick of the Week gehört in dieser Woche also Detroit. Und zwar mit Lions minus 3 zu Quoten von 1,87. Und hier nochmal alle Tipps für NFL Woche 10 in der Übersicht. Die Giants gewinnen das Deutschlandspiel. Den 49ers gelingt dies in Tampa. Commanders und Steelers vertrauen ihren Kickern. Die Eagles gewinnen das NFC East Battle. Und die Lions bleiben heiß wie Frittenfett. Das war's für heute. Das war's für dieses Jahr mit Halloween Content versprochen. Und das war's von Spider Bomo. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Macht's gut, euer Bomo.